Heute spielen wir Lacki Block. Viel Spaß beim Video! Leute, doch schwimmt! Leute, wenn ihr noch kein Abonnenter bist, abonniere jetzt meinen Kanal und ich sag mal viel Spaß beim Video! So, ich zeig's jetzt euch, wie viele Sachen ich schon habe, Leute. Das sind die Rainbow, Lacki Block, das ist wieder Kater wieder am Start. Das bin ich, das sind meine Sachen. Lacki Block findet niemand, das ist nicht so public. Ja, wir öffnen jetzt einfach ein paar Lacki Block auf. Zum Beispiel hier eins. Ja, hier eins. Oh, reingesucht. Jetzt machen die einfach das so. Aber Leute, das ist nicht keine gute Idee, aber wir machen das trotzdem. Wenn zum Beispiel jetzt eine Brunnen kommt, dann kann sie alle... Oh, Leute, ich sehe euch, wenn das... Nein. Nein, nein. Es ist einfach ein Glück gewesen. Zum Glück hast du nicht wieder gemacht. Sonst kenne ich dich mit meinem Schwert. Hast du verstanden? Okay. Jetzt mache ich noch das Tier hier, 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 alle Blöcke auf. Ja. Oh, nein, 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 nein. Oh, wow. Zu spät. Zu spät. Ja. Es sind zu spät, Leute. Zu spät daran. Kann es auch sein. Wow. Alter. Nein, nein, mein Rest. Oh, ich bin gerade gestorben. Wow. Nein, 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 nein. Töpe mich bitte. Kata, wieder zurück. Danke, bitte, bitte. Oh, mein Gott. Leute, ich sage es euch. Kata ist gar nicht zu bubig mit dir zu spielen. Also, wenn du mal mit Kata spielen willst, das passiert immer mit dir. Ja. In Minecraft, in Fortnite zum Beispiel, in GTA, immer wenn du mit Kata spielst, Leute, das passiert. Ja, wir spielen einfach mal weiter. Ich habe viel weiter gespielt. So, wir spielen einfach weiter. Töte dich, töte dich. Töte dich. Bist so schlecht. Bist so schlecht. Oh, nein, nicht schon wieder. Ja. Oh, wow. Obwohl der Äpfel bekommt. Auf jeden Fall ganz gut. Wow. Wow. Kata macht es nicht mehr. Sie ist dort. Das macht sie. Oh. Ich habe keine Ahnung. Oh, Hundi. Hundi, hallo. Ich habe hier mal. Oh, wow. Hm? Oh. Hm? Hm? Hä? So, Leute, wir sind hier. Das ist unser heute Mob. Wir müssen das killen. Er ist ein Boss. Wir müssen ihn killen. Das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ich habe sie eben nicht ausgerüstet. Ich habe hier die besten Sachen. Alle Zeiten. Wir müssen hier töten. Leute. Er hat 200 Herzen. Und er ist, er hat jetzt schon 19 Herzen. Nein, oder? Nein. Das kann nicht sein, oder? Er hat sich gar nicht 19 Herzen. Hey. OP-Pauschen. Hm. Noch mehr? Oh, nein. Ich bin, ich habe nur ein Zwillerspann. Ich habe schon zwei. Was mache ich? Das ist auf jeden Fall. Das coolste Runde. Ja. Das coole Runde. Achtung. Willst du auch einen goldenen Äpfel? OP-Golden Äpfel? Das bekommst du leider nicht zu machen. Tut mir leid. Tut? Hey, tu reportiere mich nicht. Oh. Hey, er tut mich tu reportieren. Leute, es ist wie ein Enderman. Oh, nein. Jetzt habe ich Pauschen. Mach kein Pauschen mehr. Nervig. Kater bist nervig. Ja. Leute. Auf dieser Stelle will ich diesen Video hier beenden. Wenn das Video euch gefallen hat, schreibt mal in die Kommentare. Ja. Oder no. Es kommt jetzt gerade und musst du no schreiben, oder? Wenn es euch gefallen hat, oder? Ja. Wir spielen einfach mal weiter, bis es wieder durch ist. Mhm. Ja, ja, ja. Töte. Bis sie töte ist. Hm. Töte die. Töte die. Töte die. Noch 119. Oh. Oh. Das ist aber schnell gegangen. 35 noch. Töte noch. Töte noch. Oh. 118. Mit meinen Burgen. Hopp. Hey, kannst du fliegen? Bist du in Gate-Mode? Hey, sie ist in Gate-Mode. Sag mal no. Also meine Minecraft-Arketsch. Leute, das war's mit dem Video, was euch gefallen hat. Gebt mir einfach einen Daumen nach oben und ich sehe euch im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.